Wenn wir sie schon mal darum, haben sie ihr Handy dabei? Nein? Ist da das Video drauf? Tja... Ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Dann hätte wahrscheinlich so mancher gesagt, Meine Eltern sind Geschwister. Deshalb hab ich gesagt, Jetzt muss ich einfach los. Ich hab's aber nicht auf dem Handy. Sondern es lag wirklich letztlich dann an der Frage, Naja, Ich zeig dir meinen echten Hasen. Genau, der erste Satz. Hier ist ihre Kamera, Herr Amthor, bitteschön. Doch sehr interessieren. Den kleinen Spoiler mach ich jetzt. Hey, Rezo. Du alter Zerstörer. Ich hab schon immer gesagt, Ich mag Krüger. Ich meine, was ist denn besser an einer PDF-Schlacht, als an einer Videoschlacht? Das hab ich nicht verstanden. Also, ich hab drei Geld. Ich bin ja in der Jungen Union immer unterwegs. Es klingt so lustig, wenn sie sagen, wir müssen besser... Werden junge Leute zu verstehen. Sie sind selber junge Leute, Herr Amthor. Ich versteh das. Okay. So, und ich will aber noch sagen zu diesem ganzen... Sie wollten sagen, wann sie das Video uns mitbringen und veröffentlichen. Ja, ich... Ich will noch mal sagen... Ich fülle euch wieder. Nicht gut. Das ist es natürlich, weil ehrlicherweise... Crystal Meth ist bester. Um das Thema abzuschließen, können wir einfach sagen, sie haben es versemmelt? Also... Maschallah, dieser Baubbruder Sixpack ist da. Mach Daumen nach unten, dann fick ich ihr heute.